Ich denke mir, das ist ein kleiner Hecht. Das ist ein Hecht, ja. Das ist ein Hecht, ja? Ja, ja, das ist ein Hecht. Das hätte ich natürlich gerne. Jetzt wackelt er doch. Ja. Oh, nee, Leute. Aber ich werde mal... ...kühlen Glück. Findet der Hecht? Ja, das ist ein Hecht. Das ist ein Hecht, das ist ein Hecht. Das ist ein Hecht. Ja, ja. Noch lebt der Frosch ja, aber... Ja, noch lebt er, aber der kann ja nicht... Nee, nee, der erstickt ja jetzt, weil der kann ja nicht... Ist das nur eine Tagesmahlzeit, was? Denk ich mir schon, ja. Das ist aber niedlich. Die werden hier ja noch größer werden. Ja. Überall ist das was der Frosch. Ja, das ist überdommen damit. Nee, 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 nee. Die schuppen schon nicht. Das ist der Hund von der Schluten. Das sieht gut aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020